Warum unsere Kinder immer kränker werden, wieso das nicht politisch zu lösen ist und wie man das besser machen kann in diesem Video. Mein Kind hat eine Nahrungsallergie, mein Kind hat eine Nahrungsüberempfindlichkeit, mein Kind kann das nicht essen, bla bla bla. Immer der gleiche Rotz, immer der gleiche Dreck. Das sind so diese Standard-Aussagen von modernen Eltern in der heutigen Zeit. Man rennt natürlich dann von Hinz und Kunz, von einem Esoteriker zum anderen Kinesiologen, zum Homöopathen und zu noch anderen irgendwelchen Scharlatanen, um so die Symptome dieser Krankheit irgendwie in den Griff zu bekommen. Als langjähriger Ergotherapeut und Vater habe ich natürlich ein gewisses Verständnis und eine gewisse fundierte Ausbildung in diesem Bereich. Viele von diesen Kindern haben natürlich ein grauenhaftes Ernährungsverhalten, wie bereits in einem Video auf diesem Kanal erklärt, und der politische Weg wird total versagen. Ich habe ja da als über 40-Jähriger einen gewissen Kontakt zu einer jungen Community und informiere mich natürlich, wieso diese Ernährungsgewohnheiten sind. Und ich kann sagen, ich bin entsetzt. Ich habe da nämlich was gefunden, das letzte Mal, das habe ich mir dann mitgenommen, das habe ich gekostet, weil ich bin ja nicht so, dass es nicht ist. Das ist das. Das ist wahrscheinlich das ultimative Böse. Ich habe noch nie so etwas Diabolisches gesehen wie das. Das ist anscheinend voll der Hype. Das ist Takis, das ist Hot Chili Pepper Artificially Flavored Tortilla Chips. Also da steht schon oben, dass das vollkommen künstlich ist und dass das absolut gestört und krank ist. Ist aber voll der Hype, weil ich habe mir das letzte Mal erklären lassen, beim Einkaufen von einer Verkäuferin, dass das die Kinder im Internet bestellen, weil das so geil ist. Das habe ich dann auch gesehen. Das schaut so aus. Also das ist wirklich irgendwas aus Mais und das ist scharf. Und wenn man das isst, ist es einmal erstens nicht besonders gut. Ich würde sogar sagen, fast das ist giftig. Und jetzt kommt es. Da kriegt man eine blaue Zunge und eine blaue Fresse. Das muss so gefabt sein und so ungesund sein, dass man das definitiv nicht essen sollt. Prinzipiell hat die Natur das so geregelt, dass Dinge, die so ausschauen, irgendwie deswegen ausschauen, dass man es nicht isst. Wenn man da jetzt natürlich auch noch die Nährwerttabelle liest, hat das auf 100 Gramm 30 Gramm Fett, also 28,6. Eiweiß, Salz, also Kohlenhydrate und auf 100 Gramm 529 Kilokalorien. Red Bull, soweit ich das weiß, hat irgendwas um die 45 Kilokalorien. Auf 100. Nur, dass ich einmal so ein Gefühl kriege, was da unsere Jugend heutzutage isst. Und die Eltern schauen zu. Das ist natürlich dann auch immer das Problem, wenn ich beim Einkaufen bin und diese Einkaufswagerl sieg mit dieser Diabetes 2 Startpakete. Die Kinder gehen nicht einkaufen und die Kinder rammen nicht den Kühlschrank ein. Das ist so diese Vorbildwirkung, dieses total Versagen der Eltern. Dann trinkt man da noch irgendwelche Energydrinks dazu und man wundert sich, dass die Kinder komplett deppert sind im Schädel, weil sie mit diesem Zucker einfach nicht klarkämen. Wir haben in den letzten Jahren ja eine gewisse Gesundheitsthematik gehabt und Ärzte haben gesagt, dass wenn man sich irgendwelche Flüssigkeiten intramuskulär verabreicht, dass das gesund ist. Da muss dann jeder irgendwie zum Nachdenken anfangen, dass Menschen, die das für gesund halten, natürlich dann für Themen wie das die falschen Ansprechpartner sind. Als Ergotherapeut in der Grundausbildung vom Grundberuf geht es ja um die Selbstständigkeit im Alltag und da geht es natürlich darum, dass man das auch macht. Die meisten Kollegen lernen das einfach nur und dann machen sie irgendwas. Gute nämlich Unentschuldsvermutung, sind alles Helden und ich lebe das im Sinne des Alltags. Meine Kinder haben nämlich ein Mein-Rezeptbuch. Das kann man kaufen, das gibt es im Fachhandel, das gibt es auch im Internet. Das ist ein leeres Buch mit lauter Zeilen drinnen, wo man selber Rezepte einschreiben kann. Und das machen natürlich auch meine Kinder. Meine Kinder, meine Tochter, die Große, kocht seit sie drei Jahre alt ist. Jetzt nicht allein, aber mit mir. Und sie ist da immer live dabei, dass sie Lebensmittel kennenlernt, dass sie weiß, was ein Nahrungsmittel ist und wie diese Dinge in der Grundsubstanz ausschauen. Bei den meisten degenerierten Vollpfostenöltern gibt es dann irgendeinen Sackerl, irgendeinen Scheiß und die Kinder glauben, dass das Essen ist. Meine Kinder wissen, dass das nicht besonders gesund ist, weil sie das von mir lernen. Da schreibt man dann seine eigenen Rezepte rein und natürlich auch mit einer gewissen Abfolge, also in was für einer Reihenfolge das gemacht werden kann, dass diese Kinder das dann selbstständig machen können. Viele haben dann das Problem, dass die Kinder keinen Selbstwert haben, dass sie ein Resilienztraining brauchen, dass sie Mobbingopfer sind, dass sie einfach voll die komischen Figuren sind und sie natürlich dann irgendein Therapiewesen mit einem Bachelor oder sonst irgendeinem degenerierten Beruf dann daran bereichert. Das ist einmal so die Grundsituation, wo ich jetzt da wahrscheinlich nicht großartig wäre, widersprechen kann. Jetzt ist das ungefähr seit fünf Minuten in meinem Mund und es ist immer noch drauf. Nur um ein Gefühl zu kriegen, was man da seinen Kindern, Enkelkindern und sonstigen Kindern in den Rachen schmeißt, und sie natürlich so zu kranken Pharmakonsumenten macht. Dadurch, dass ich ja kein Arsch bin, zeige ich euch jetzt, wie man das machen kann, was die ganz einfache Lösung ist, nämlich mit Kindern kochen. Da jetzt eingeblendet ist meine Tochter beim Kochen und es gibt Palatschinken. Den Tork haben wir selber gemacht, also wir haben unser eigenes Rezept mit Möh, Eiern, das wird mit Milch gemacht, da ist eine Prise Salz drin und die lernt wirklich das zuzubereiten. Die Platten ist heiß, die Flaschen ist zum Aufschraufen, zum Zuschraufen, sie hat da ein bisschen das Gefühl in der Hand, wie in dem Video Proprözeption Gleichgewicht, kann ich natürlich auch motorische Fähigkeiten lernen. Dann sehe ich, wie ich die das da rein schütt und ich mache das ganz allein. Also ich kann da sogar mit dem Auto wegfahren, wenn ich will, oder sonst irgendwas machen. Die zündet mir die Bude an. Natürlich dauert das einige Zeit, bis die Kinder so weit sind, dass sie das können, nur musst du halt als Erwachsener nebenstehen und das aushalten. Und das weiß ich, dass sie es ganz viel nicht können, weil dann die neue Tarnkuche kaputt ist und weil sie alle anscheißen und eventuell Angst haben, dass ihr Kind verbrennt an einem Herd. Viele Eltern können auch nicht mehr kochen. Als Mann kann ich das beurteilen, weil du kriegst eher was zum als wie was zum Essen, weil man irgendwie auf das keinen so einen Wert liegt, dass man uns gesund ernährt, vollwertig und bewusst ernährt. Wenn natürlich dann die erste Runde drinnen ist, geht es natürlich darum, das so zu überprüfen, wie die Palatschinken ist. Und dann muss man die halt umdrehen. Sicher ist die Palatschinken jetzt nicht wie in einem Vier-Sterne-Restaurant, nur weiß ich, dass es viele Leute gibt, die 25 sind und nicht wissen, wie man Palatschinken macht oder Palatschinken umdreht. In dieser Palatschinken ist auch kein Zucker drinnen, weil dann kann sie verwendet werden als Suppeneinlage für Frittatensuppen oder natürlich auch in der süßen Variante mit Marmelade oder wenn es einmal ganz hart runtergeht, gibt es auch Schokopalatschinken. Wenn dieses Kind jetzt dann das einmal umdreht hat, wird dieser Prozess ja dann weitergemacht, bis das vollkommen abgeschlossen ist und diese Palatschinken dann auf diesen Teller gelegt wird. So kann ich jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, dass meine Kinder nicht irgendwer von der Endzeit-Sekte erklären kann, dass diese Dinge nicht gesundheitsgefährdend sind, dass diese ganzen komischen Endzeitagenten wie Fleisch tötet uns Menschen, Insekten sind vielleicht gesund und solche Dinge meine Kinder erreichen, weil ich diesen Part in meiner Begleitung der Kinder nicht an dieses kranke System delegiere und mich auch nicht aufregt, dass die das nicht besser machen, weil man muss das einfach anerkennen, dass wie einfach das es geht, dass Kinder einen Bezug zu Essen kriegen, zur Ernährung kriegen und in weiterer Folge so ein Bewusstsein bekommen für Dinge, die sie machen sollen und die sie eventuell lassen sollen. Wie wir hören, das Gesundheitsrisiko Medizin allgegenwärtig, wer die Ernährung, das Wissen über Ernährung und das Wissen über Gesundheit an diese kranken Psychopathen delegiert, braucht sie natürlich dann nicht wundern, wenn die Kinder dann ein gewisses Alter haben, dass sie einer komplett gestörten Regierung in die Arme fällt, die Gesundheit so definiert hat, wie sie das definieren, nämlich über Flüssigkeiten, die irgendwo intramuskulär verabreicht werden oder dass sie Medikamente im Akkord nehmen, die natürlich gegen jede Gesundheit sind. Kanal abonnieren, Glockenheiß schalten, Eus Güte für euch.